Ich schmeck's förmlich. Das ist ein Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. Gibt's keinen anderen weg. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren... Äh, nimmt er überhaupt auf? Ja, er nimmt auf. Nimmt der Ton auf? Er nimmt Ton auf. Okay, weitere Folge... Blah, blah, blah. Cyberpunk 2077. Ähm, ja. Naja, wir sind gefangen in der Mailstrom-Basis, nachdem wir den Chef überwältigt und beklaut haben. Ähm, nachdem wir ihn bezahlt haben. Was ein bisschen merkwürdig ist. Ähm, okay. Und jetzt versuchen wir hier rauszukommen. Äh, dieser Computer hilft mir nicht dabei. Ähm, ja. Ähm, ich habe mittlerweile in der Zwischenzeit, äh, haben wir uns neu eingekleidet. Äh, diese schicke Jacke passt zwar nicht zu unserem, äh, schönen Krawattenhemd. Äh, dafür ist die Hose ein bisschen züchtiger, als die Hotpants, die wir eben noch hatten. Und wir haben jetzt die Möglichkeit... Nein, haben wir nicht, weil wir brauchen Level 10. Das heißt, in vier Leveln können wir hier diese Brille aufsetzen. Dieses alte Oku-Set. Aber jetzt können wir schon dieses trendige Red Vision, äh, diesen Infovisor aufsetzen. Aus laminiertem Glas. Okay, und das sieht so aus. Yeah. Okay. Und diese Brille wird auseinandergebaut, damit wir nicht zu viel Scheiß mitschleppen. Gut. Äh, ja. Ähm, hier ist eine Sackgasse, aber... Wir können hier hochklettern, glaube ich. Ja, das sieht gut aus. Ach, der ist schon... Äh, der ist schon da. Super, danke, dass du, äh, Bescheid sagst. Ach so, wir müssen das ausstellen. Oh, mein Glück, es bewegt sich. Los! Äh... Äh... Was? Wo, wo ist er hin? Aha, okay. Wie schleicht man hier nochmal? Oh, die Kameras müssen wir mal ausschalten. Mhm. Wir haben jetzt übrigens die Waffe, die wir von Reus, äh, eingesammelt haben. Ein Blick, vorsichtig. Meine Damen und Herren, Jacky Wells! Okay, da sind noch ein paar mehr. Wow! Oh, verdammt! Okay, eine Kamera ist noch da, die wir ausschalten müssen. Diese hier. Können wir gerade nicht, warum nicht? Machen wir nicht genügend. Ach, weißt du was, warum machen wir das eigentlich so kompliziert? So geht's auch. Oh, alles einsammeln, weil das ist ein Rollenspiel. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, äh, nun, äh, okay. Okay, das ist alles Quatsch. Äh, Marketing, Marketing, Penis, Nanogel, 9691. Aha. Äh. Gut, das war eine verdammte Ewigkeit. Sieht aus, als hätten wir deine Haut gerettet. Hombre, du schuldest uns was? Ach, mal langsam, okay? Ich kümmere mich drum, aber gerade ist es echt schlecht. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich mich daran erinnern. Und du kommst sicher, klar? Das ist mein Zuhause. Mach dir keinen Kopf. Aha, okay. Äh, vielleicht sollten wir speichern. Äh, nur weil wir nicht wissen, wann er das genau macht. Okay. Mit dem Speichern. Du bist hier. Ich weiß es. Wo ist zum... Aufschie, Mano. Komm schon raus, du feige Ratte. Oh, hey! Geh, Sparta, listen! Ah! Ah! Stolzgräffer! Siegen oder sterben! Arrecke! So viel findet, Gavronen! So gehen nur vier ab! Jagd ihn raus! Da! Rücken vor! Gib mir eine Gung! Hast du jetzt, Schiss? Das wird niemand übernehmen! So gehen nur vier ab! Ach! 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 So gehen nur vier ab! Ach! Schiss! 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 Grat! Dann gehen da komme ich durch! So, hier haben wir wieder ein bisschen was zu mitnehmen und ein Buch zum Lesen. Buddhismus und so und so. Okay. Ist nur eine Frage der Zeit. Geh, Hosei! Auf den Kopf zielen! Ich geh' dir in Deckung! So will ich das sehen! Ich geh' dir in Deckung! Wo wollen wir mal? Ich mach die Lutschale! Lauf! Los mit, los dich! Go! Los! Los! Nein! Sehr gut! Ich bin kein so guter Schütze, während ich in Flammen stehe. Ich spreche Plein zum Frühstück! Meine Kämpfe sind durch! Sie werden dich nicht wiedererkennen! Winner! Hm, okay. Ich habe hier alles eingesammelt. Ich bin kein Witz! Was ist denn so? Ich bin kein Witz! Ich bin kein Witz! Ich bin kein Witz! Das war's für heute. Okay. Schuss! Hilfe! Fangen wir mal! Ein guter Schuss, und das war... Hey! Schatten Sie! Tausend Schlappschwenschen! Uff! Jetzt lass uns hier verschwinden! Ich seh' mich nach Frischluft! Komm schon, wie? Lass uns verschwinden! Ja, ja, gleich! Jetzt alles einsammeln hier! Das sind wertvolle Baumaterialien für meine Konstruktion nachher. Meine Güte, hier ist alles voll! Jetzt wäre das ein Lagerhaus. Okay. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich diese Leiche hier verstecke? Kann ich nicht. Ja, okay. Okay, ich dachte, ich krieg noch Schleichenpunkte dafür, obwohl keiner mehr da ist. Aber nein. So! Oh! Oh! Nicht auch noch Zeug! Ich... Ah, Millideck. Wir haben diese Teile überall rumfliegen. Mhm. Hinter dem Tor! Da können wir reden! Okay. Du wirst du kaum was rausfinden. Leichen sind etwas mundfaul. Du würdest dich wundern. Ich bin mir sicher, ich finde was. War mir ein Vergnügen. Okay. Das hatte ich auch noch nicht. Oh, Mann, wie. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Wir sind ein gutes Team, Jack. Das glaube ich auch. Ich bereue es jedenfalls nicht, mein Leben umgekrempelt zu haben. Das ist der süße Geschmack des Erfolgs, mein Freund. Sag Dex, dass wir sein Spielzeug haben. Dann triff mich im Afterlife zum Feiern. Hey, luego, V. Ja, ja. Luego. Äh, okay. Wo ist mein Auto jetzt? Wie sieht's aus, Mr. V? Ab dem Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Militech-Sache? Natürlich gab's Ärger. Royce war's scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab's dort getroffen. Wir haben einen Deal. Wie an, sie an. Hat mir den Chip und die Maelstrom Kohle gegeben. Also, hast du den Flathead mit Konzerngeld bezahlt? Nein. Dachte mir, dass ich die Eddies selbst gebrauchen kann. Hab mir nur den Bot geschnappt. Einfach so? Nicht einfach so. Mit ein bisschen Gewalt. Du hast echt Eier, Mr. V. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job. Und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay. Bin gleich da. Bis dann, Mr. V. Und ein neuer Level. Sehr gut. Vorteilspunkte 2. Sehr gut. Da haben wir Level 5 bei der Itemherstellung schon. Hier 4, 3 und 2. Da haben wir noch Spiel. Da haben wir Level 1. 3 und 4. Hier haben wir auch noch Spiel. Da nehmen wir mal die technische Fähigkeit hoch. Und beim Zerlegen eines Items besteht die Chance von 20% gratis Komponenten derselben Qualität wie bereits, wie der des zerlegten Items zu erhalten. Außerdem besteht eine Chance von 5% eine gratis Komponente höherer Qualität als der des zerlegten Items zu erhalten. Oh. Ich glaube, die packen wir dann mal hier rein, die beiden Punkte. Weil wir haben jede Menge Kram gefunden. So. Und dann gucken wir mal, was wir hier alles jetzt neu haben. Wir haben einen neuen Hut. Vielleicht einen besseren Hut. Der ist tatsächlich besser als die klassische Schieberkappe, das Mehlstrom-Schäfchen. Aber führt jetzt dazu, dass ich ein bisschen merkwürdig aussehe, wie jemand, der in einem Sadomaso McDonalds die Fritten zubereitet. Aber okay. Dann haben wir eine neue Jacke. Haben wir eine, die besser ist? Nein. 28. 31 Panzerung für den Tiger Claws-Harnisch. Ich meine, das sieht noch dümmer aus, aber schützt mich besser. Doppelt gewebter Psycho-Cutout-Bodysuit. Mich würde mal interessieren, wie das aussieht. Okay. Okay. Lassen wir das mal. Gut. Die sind beide 24, der ist 25. Das ist schade. Das wäre jetzt natürlich... Nein. Ich wollte gerade sagen, das würde Richtung Matrix gehen, aber nicht mit dem Muster. Okay. Lassen wir es hierbei. Dann kriegen wir vielleicht ein neues Hemd. Ist das besser? 21 Panzerung? Nein. 21 Panzerung? Nein. Und der hat 17 Panzerung. Psycho-T-Shirt aus Stoffwest und Nassgewebe. Okay. Vielleicht neue Schuhe. 11. Nope. 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 Okay. Okay. Ja, bleibt dann wohl hierbei. Okay. Dann haben wir neue Waffen. Wir haben jede Menge neue Waffen. Aber nichts, was hier überzeugt. Haben wir Sachen, die wir teuer verkaufen können, auch nicht wirklich. Die werden uns mehr bringen, wenn wir sie zerlegen, glaube ich. So, Itemherstellung. Schauen wir mal. Äh, wir können uns, äh, jetzt Nekomata könnten wir uns bauen. Dying Knight könnten wir upgraden, aber haben wir schon. Und für die beiden fehlen uns, äh, Komponenten. Für die Maelstrom, äh, und für Dying Knight, äh, okay. So, schauen wir nochmal bei den anderen Sachen im Rucksack. Ich glaube, das wäre eine gute Idee, die auseinander zu bauen. Dann kriegen wir nämlich die raren Komponenten. Und den Gesundheitsbooster packen wir auch mal weg. Die 110 hier reichen. Können wir diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel, können wir auseinander bauen, wie auch immer das funktionieren soll. Und können leider keine Getränke mehr auseinander bauen. Das war, äh, eine ziemlich, äh, eine ziemlich coole Sache, bevor sie das gefixt haben. Man konnte sich aus den Getränkenautomaten die Dosen holen, die auseinander bauen und daraus dann Waffen bauen. Das geht leider nicht mehr. So, Wasser, was sind alles, die verkaufen wir nachher. Okay, und Junk, ähm, sieben alte Dosen. Aschenbecher, beschädigte Kleidung. So, das sind alles teure Sachen, die wollen wir nicht auseinander bauen. Die verkaufen wir nachher. Ja, meine Güte. Ich sehe echt dumm aus jetzt. Ja. Ja. Okay. So. Da ist das Afterlife. Aber wir wollen erstmal nach Hause. Vielleicht sollten wir ein paar Kleidungsläden abklappern. Und, haben wir eigentlich schon Vic bezahlt? Ich glaube, wir haben Vic noch nicht bezahlt. Wir müssen Vic bezahlen. Wir wollen auf jeden Fall Vic bezahlen, bevor wir in der Story weiter, äh, aufsteigen. So. Schauen wir mal, wo ist der nächste, ba 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 ba, wo ist der nächste, äh, Vendor hier? Koffice. Wie geht's das? Koffice. Koffice. Nö. Wie geht's das? Hau. Koffice. Wie geht's das? Koffice. Ska? Koffice. WKF. Koffice. da ist noch einer das können wir nicht haben, dass die einfach irgendwie kein Problem die haben alle so wunderbar ich meine, was soll man erwarten, wenn man 12.000 Zeilen einliest für ein Computerspiel, aber das wirkt alles so gestelzt hier irgendwie die Dialoge aber gut, das Spiel ist in einem Crunch entstanden und die deutsche Synchro ist wahrscheinlich von einem deutschen Studio gemacht worden die die dann relativ wenig in den kreativen Prozess vermutlich eingeführt wurden und kann man eigentlich nicht viel erwarten dann so verkaufen wir mal diese wunderbaren alten gepunkteten Trenchcodes und die Maelstrom Jacke ich meine die ist nur episch, die ist nicht ikonisch, das heißt wir können sie nicht aufwerten also das ist selten verkaufen wir sie mal was soll's und dann hier die ganzen Getränke werden verkauft ab 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 So. Die bauen wir auseinander, insbesondere die hier, Amadello, das können wir auch alles auseinander bauen, Optik Neustart, die brauchen wir und die wollten wir verkaufen, genau. Das wollten wir nicht verkaufen. Gut, dann schauen wir mal. Hier irgendwas zum, dass die haben 0,02 Zeit für sie zielen. 1,6 Meter Reichweite. 1,8. Okay, der ist schon der Beste. Gut. Gut, okay. So, dann lass uns mal sehen. Bezahle deine Schulden an Victor. Jetzt machen wir Stile echt im geklauten Auto. So. 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 Sorry. Äh, sorry! Okay. Hallo. Ich habe endlich genug Eddies, um dich zu bezahlen. Da hält sie noch weh. Du brauchst sie mehr als ich. Ich nehme sie nicht mit ins Grab weg. Nimm schon. Und nochmal danke, dass du mich versorgt hast, ohne dafür Kohle zu sehen. Dafür sind Freunde da. Ich würde gerne meinen Chrom auswechseln. Und jetzt können wir gucken, mit dem Geld, was wir noch übrig haben. Ob wir uns nicht irgendwas, zum Beispiel ein neues Betriebssystem, können wir uns nicht leisten. Irgendwas anderes hier. Gibt es bessere Augen? Ja. 5000 Kiroshi Optik MK3. Okay. Neue Augen ist immer gut. So. Was haben wir hier? Kreislaufsystem. Nix, was wir uns leisten könnten. Nix. Nix, was wir uns leisten könnten. Nix. Okay. Toll. Hier auch nicht. Skelett haben wir im Besitz, aber dazu bräuchten wir noch. Das Requirement ist acht Konstitutionen. Arme. Nein. 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 Alles zu teuer. Gut, dann würde ich sagen, das reicht für heute wieder. Dann bis zum nächsten Mal, wenn wir weitermachen, vielleicht mit der nächsten Hauptmission oder wenn wir gucken, ob wir vielleicht ein bisschen noch aufleveln vorher. Ja, schauen wir mal. Dann bis denn und auf Wiedersehen. Ciao.